Moin Leute, ihr habt Schnee auf den Modulen. Ich zeige euch heute vier Möglichkeiten, wie man den Schnee loswerden kann. Aber ich kläre auch auf, worauf man achten muss und ob sowas wie zum Beispiel Beschichtungen auf den Modulen wirklich existieren und ob man die mit einem Besen beispielsweise zerstören kann oder ob das Ganze wirklich nur ein Mythos ist. Aber auch, wie man zum Beispiel seine PV-Module bei anderer falscher Behandlung sehr, sehr schnell über den Jordan schickt. Zusätzlich werde ich auch noch genau untersuchen, wann und ob es Sinn macht, zum Beispiel PV-Module unter Strom zu setzen, um die damit zu erwärmen. Genauer gesagt, bis zu welcher Temperatur ist das überhaupt sinnvoll und wie viel Energie benötigt man für welche Temperatur und so weiter. Also ein relativ spannendes Thema. Also fangen wir mit der Rückverstromung an. Das heißt, ich setze meinen Solarmodul unter Strom und dadurch erwärmt es sich. Schließt man ein Netzteil oder so wie ich zwei Batterien in Serie plus ein Netzteil, um die entsprechende Spannung zu erreichen, an ein Solarmodul an, dann leuchtet dieses im Infrarotbereich und erwärmt sich damit natürlich auch. Aber Vorsicht bitte, denn die Spannung der beiden Batterien, also so wie ich sie aufgebaut habe und des Netzteils addieren sich hier alle so zusammen und die dürfen auf gar keinen Fall höher sein als die maximale Spannung des Moduls. Also für mein Modul waren das 41 Volt. Die möglichen 54 Volt, wenn ich das Netzteil voll aufdrehe, würden dann das Modul zerstören. Das heißt, so weit darf ich nicht gehen. Also hier bitte aufpassen, damit das Netzteil nicht zu hoch eingestellt ist. Also direkt mit niedrig anfangen und dann vorsichtig hochschrauben. So, ihr seht jetzt hier die Infrarotkamera und im Schnelldurchlauf, was passiert, wenn ich das Modul mit 250 Watt bestromme? Also noch gar nicht mit voller Pulle, sondern so ungefähr zwei Drittel der Leistung. Und ihr seht, es strahlt mehr und mehr Infrarotstrahlung aus und erwärmt sich also. Es ist quasi wie so eine kleine Leuchtdiode, nur für IR-Strahlung und das mit relativ schlechtem Wirkungsgrad. Normalerweise macht man sowas, um Schäden am Modul zu finden. Das nennt sich dann Elektrolumineszenz, so wie ich in diesem Video hier gezeigt habe. Und da kann ich dann zum Beispiel kleine Risse drin sehen und so weiter und kann das ganz, ganz toll irgendwie erkennen. Das ist eine ganz spannende Sache. Kurzer Einschub, bevor wir weitermachen. Wir recherchieren schon sehr lange an dem Problem mit Redispatch, mit Stromnetzstabilität. Und in ein paar Wochen sind wir endlich soweit und können da halt eine sehr, sehr gute Folge drüber drehen. Also Abo nicht vergessen, um das nicht zu verpassen. Ich glaube, das finden die meisten von euch ziemlich spannend, so wie ich auch. Okay, aber jetzt zurück zum Thema. Die große Frage, können wir damit wirklich Schnee schmelzen? Klar geht das. Dazu gibt es auch schon jede Menge andere YouTube-Videos. Aber die Frage ist, wie viel Energie brauche ich und wie viel Temperatur kann ich überhaupt schaffen damit? Das heißt, funktioniert es immer, auch wenn es wirklich sehr, sehr kalt ist. Und dafür habe ich ein Experiment gestartet und gemessen, wie viel Leistung, wie viel Temperaturänderung ergibt. Also wie viel Temperaturerhöhung ich damit überhaupt schaffen kann. Okay, links auf der Y-Achse seht ihr die erreichte Temperaturerhöhung in Grad Celsius oder Kelvin, ist jetzt in dem Fall gleichbedeutend. Und unten auf der X-Achse seht ihr die Leistung, die ich eingestellt habe in Watt. Die grünen Punkte sind dann die Messungen, die ich vorgenommen habe, inklusive Fehlerbalken in Rot dargestellt. Im Blau seht ihr die Ausgleichsgrade, die ungefähr zeigt, wie viel Temperaturerhöhung ich erwarten kann. Naja, und ihr seht, bei 200 Watt komme ich immerhin auf circa 4,5 Grad Celsius Erhöhung. Also wenn wir draußen minus 3 Grad haben, könnte das tatsächlich reichen, um zumindest so eine Schicht anzuschmelzen. Und dann kann es gut sein, dass dann, wenn das Modul angestellt ist, dass es dann abrutscht, der Schnee. Bei Maximum von 400 Watt komme ich so ungefähr auf grob 9 Grad Temperaturerhöhung. Und das ist schon gar nicht mal so schlecht. Das heißt, ich kann tatsächlich relativ viel damit abdecken halt. Problem bei der ganzen Sache. Für einzelne Module ist das natürlich durchaus möglich. Aber wenn ich die, also auch nur, wenn diese etwas angewinkelt sind. Und wenn, also wenn ihr zum Beispiel flach sind, könnt ihr euch vorstellen, dann müsst ihr ziemlich lange irgendwie das Ganze laufen lassen, damit wirklich der ganze Schnee abschmilzt, wenn es viel ist. Ich glaube, das macht dann nicht wirklich so viel Sinn. Aber zum Antauen ist es, glaube ich, durchaus eine Geschichte. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen großen String habe, also ich habe viele PV-Module in Serie geschaltet. Das heißt, die ganze Reihe hat relativ hohe Spannung. Und ich kann nicht einfach jedes einzelne erreichen. Also bei mir wäre das wirklich nervig, weil ich müsste dann drunter das Kabel irgendwie dann wieder da raus machen und so. Das wäre schon ziemlich ätzend. Die liegen bei mir nicht einfach rum. Das ist natürlich befestigt, so wie es auch in der Regel sein sollte. Und dann ist es eigentlich gar nicht so leicht, an jedes einzelne Modul ranzukommen. Das heißt, ich müsste den ganzen String bestromen. Und in meinem Fall, nur mal um so eine Hausnummer zu haben, müsste ich dafür 4000 Watt bei circa 400 Volt und 10 Ampere aufbringen. Und so ein Netzteil habe ich einfach nicht. Ja, das macht die Sache ein bisschen unhandlich. Es gibt natürlich solche Netzteile. Das ist also jetzt grundsätzlich schon machbar. Wo das zum Beispiel sinnvoll sein kann, ist, glaube ich, wenn man ein Dach hat bei sehr hoher Schneelast, bei Extremwetter beispielsweise und das vielleicht sogar einsturzgefährdet ist. Dann kann man vielleicht auch entsprechende Leute kommen lassen, die dann halt die Gerätschaften haben. Also beispielsweise Leute, die eben diese Elektrolumineszenz machen. Die haben genau solche Netzteile, die genug Power haben. Dann können die das in dem Fall für einen machen. Und das ist dann sicherlich keine verkehrte Idee, um jetzt beispielsweise wirklich eine Gefahr abzuwenden. Die zweite Möglichkeit, einfach den Schnee wegschieben, zum Beispiel mit einem weichen Besen und dann einfach den Schnee wegmachen, so wie ich es hier gezeigt habe. So, jetzt werden viele sagen, Weicher Besen, bist du irre, ey, die Beschichtung und so. Und was sagt bloß die Versicherung dazu, bist du und dies und jenes. Ich habe da schon alles mögliche gehört. Scherz beiseite, ich habe es jetzt natürlich ein bisschen überspitzt. Aber die große Frage, sind PV-Module denn überhaupt beschichtet? Und kann dann diese Beschichtung, wenn sie existiert, zerstört werden? So, und hier ist wirklich sehr, sehr viel Unsinn im Umlauf. Deswegen klären wir jetzt nochmal auf. So, um das Ganze ein bisschen zu erklären, muss man sich nochmal angucken, wie so ein Solarmodul eigentlich aufgebaut ist. Man muss jetzt hier unterscheiden zwischen der Solarzelle und dem Solarmodul. So, hier seht ihr jetzt ein ganzes Solarmodul. Also da habe ich mal zum Beispiel so eine Elektrolumineszenz gemacht. Da kann man es ja schön sehen. Und ein so kleines Kästchen, was ihr da seht, das ist dann eine Solarzelle. Ja, das heißt, ein Solarmodul besteht aus vielen Solarzellen. Die Solarzelle ist dann quasi das, wo das aktive Material drin ist und so weiter. Und das Solarmodul fasst dann all diese Zellen zusammen. An die Solarzelle komme ich eigentlich gar nicht heran, weil die im Inneren ist. Und die ganzen Zellen werden geschützt durch eine dicke Glasscheibe, die davor ist. Das würde ich jetzt dann wieder eher so zum Modul zählen. Also man hat dann quasi die Glasscheibe und dahinter kommen dann irgendwie die Solarzellen mit dem aktiven Material. So, und die Glasscheibe, die vorne drauf ist, das ist jetzt auch genau das, was ihr quasi anfassen könnt. Oder auch das, womit ihr dann mit dem Besen drüber gehen würdet. Das wäre diese Glasscheibe. Und jetzt die wichtige Frage, ist diese Glasscheibe denn jetzt beschichtet? Oder was ist da irgendwie wie beschichtet? Und warum? Gehen wir erstmal ins Innere von dem ganzen Ding. Und zwar zu den Solarzellen. So, das, was unter dem Glas liegt und was wir jetzt mit dem Besen eigentlich gar nicht erreichen können. Die Dinger sind wirklich anti-reflexbeschichtet. Ja, weil Silizium von sich aus tatsächlich einen relativ hohen Teil des Lichtes wieder reflektiert. Und das möchte man natürlich nicht. Deswegen versucht man hier den Reflexionsgrad zu senken. Das Glas, von dem wir jetzt aber die ganze Zeit sprechen, also das, was jetzt wirklich da vorne drauf ist und wo wir mit dem Besen drüber gehen, ist in der Regel tatsächlich nicht beschichtet. Nur bei circa 10% der Module ist irgendwie eine Anti-Schmutzbeschichtung oder ähnliches drauf. Das steht dann aber auch bei euch auf dem Datenblatt. Und das sind in der Regel halt wirklich irgendwelche Hightech- oder Hochleistungsmodule. Und bei den normalen Wald- und Wiesendingern, die wir so haben, ist das eher unwahrscheinlich. So, und das heißt, wir haben in den allermeisten Fällen einfach eine Glasoberfläche und ein weicher Besen sollte auf Glas überhaupt keine Wirkung haben, da Glas einfach sehr, sehr viel härter ist als jetzt irgendwie ein Besen. Und deswegen sollte das in der Regel kein großes Problem darstellen. Oftmals ist es eh so, dass schon eine Eisschicht auf dem Modul besteht und wenn ich da mit einem leichten Besen drüber gehe, passiert da auch nichts, weil ich das Glas nicht mal berühre. So weit komme ich in der Regel nicht. Trotzdem kann es Sinn machen, den Schnee, den Oberflächen wegzumachen, damit die Sonne dann diese Eisschicht wegschmilzt und dann geht es einfach was schnell. Ja, was die Module aber wirklich zerstört und wo jetzt das sagen würde, da passiert, glaube ich, relativ häufig was. Druck. Ja, ihr seht hier einen schematischen Aufbau einer Zelle und ihr seht dort diese sogenannten Finger. Also das aktive Material. Und hier ist es tatsächlich so, dass wenn ich das zu stark biege, also wenn ich lokal zu viel Druck aufbringe, dann kann das brechen. So und das Fiese dabei ist, das sieht man gar nicht unbedingt. Das sieht man vielleicht mit so einer Elektrolumineszenz, so wie ich es eben gezeigt habe oder so. Dann kann man das sichtbar machen. Also das heißt, ich setze die PV-Module unter Strom und dann kann ich mit einer IR-Kamera draufschauen, so wie ich es hier gemacht habe. Und dann könnt ihr das möglicherweise sehen. Aber Druck ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Also man darf auf keinen Fall über PV-Module drüber laufen, sich da irgendwie drauf abstützen oder sonst irgendwie was. Ich kann da wirklich nur dringend abraten. Es kann immer gut passieren, dass da Mikrorisse drin sind und so weiter und die Leistung eures Moduls dann massiv abnimmt. Also hier ist, glaube ich, wirklich deutlich mehr Vorsicht angebracht. Auch wenn ihr mit dem Besen drüber geht, wirklich sachte und mit nicht viel Druck und so weiter. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der eher relativ wichtig ist. Die dritte Möglichkeit ist eine Drohne. Ja, tatsächlich kann das funktionieren. Ihr könnt mit einer Drohne, die stark genug ist, über die beschneiten Module fliegen und der Schnee wird weggeweht. Aber jetzt müssen wir vorsichtig sein. Nur, wenn der Schnee sehr trocken ist, also wenn er schon nass ist und schwer, dann klappt es nicht mehr. Und auch nur, wenn es eine sehr, sehr dünne Schicht ist. Also wenn es so leicht beschneit ist zum Beispiel. Bei mir hat das bisher tatsächlich einmal funktioniert. Das war dann ziemlich cool. Ich habe leider vergessen, das aufzunehmen. Das fand ich ein bisschen schade. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal ein Video gemacht, wo viel Schnee drauf ist. Da hat es nicht funktioniert. Dennoch sieht man, dass die obere Schneeschicht wirklich weggepustet wird. Also der lockere Schnee, der drauf ist, der geht dann schon weg. Also wenn es so eine dünne Schicht ist, die Temperaturen aber kalt bleiben. Das heißt, es lohnt sich überhaupt, da irgendwas zu machen. Wenn es jetzt morgen dann eh die Temperatur um 10 Grad steigt. Ich glaube, dann kann man sich den einen Tag auch einfach schenken. Aber dann kann man es tatsächlich auch mit einer Drohne machen. Auch das kann funktionieren. Ich würde mir jetzt keine dafür kaufen oder so. Aber wenn man schon eine hat, kann man es mal versuchen. Macht Spaß und es ist witzig. Die vierte und letzte Möglichkeit. Wasser. Man kann die Module auch einfach mit Wasser unterspülen. Aber hier muss ich jetzt wirklich eben sagen, dass man aufpassen muss. Das Wasser darf auf keinen Fall zu warm sein. Und es kriegt ja da wirklich starke Spannungen am Material. Und das kann natürlich irgendwie dann zu Rissen führen. Das heißt, wenn ihr Wasser nehmt, dann sollte das so kalt, wie nur irgend möglich sein. Natürlich nicht gefroren. Aber solange ihr da über 0 Grad seid, habt ihr ja irgendwie einen Effekt da passiert. Und dann kann man die Module damit unterspülen. Und die Eisschicht, die da drunter liegt, die kann dann tatsächlich wegschmelzen. Das habe ich tatsächlich bei mir auch schon mal gemacht. Und das funktioniert auch. Dauert aber eine Weile und ist eine Riesensauerei. Und ich muss natürlich irgendwie mit dem Wasser an die Module kommen. Also auch das geht nicht immer. Wie gesagt, bei zu heißem Wasser drohen auf jeden Fall Spannungsrisse. Also hier wirklich niedrige Temperaturen. Auf keinen Fall kochendes Wasser oder sowas. Das ist wirklich ganz gefährlich. Und ihr braucht dann jede Menge Wasser beziehungsweise auch genug Druck auf der Leitung, um das Ganze dorthin zu befördern, wo es hin soll. Also bei uns auf der Veranda hat es schon mal geklappt. Da konnte ich die Module wirklich so unterspülen. Einfach mit kaltem Wasser. Dann war unten die Eisschicht weggeschmolzen. Und ich konnte den ganzen Schnee einfach wegschieben. Das hat dann tatsächlich funktioniert. So, das sind so die Möglichkeiten, die mir bekannt sind. Und die Beste ist vermutlich einfach abzuwarten, weil ich meine, man muss sich dann auch immer fragen, wie ist der Aufwand zum Nutzen und so weiter. Aber ich weiß, viele wollen einfach, dass es wieder läuft. Ich verstehe das auch. Ich kenne das Gefühl, vielleicht ist es eine Option hier und da. Ansonsten denke ich, in den meisten Fällen ist es am sinnvollsten, einfach gar nichts zu machen. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Bis dahin. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.